euer freunde was geht, ich find's wieder euer Fredrik und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute steht mal ein kleines highlight video vom letzten stream an wie wir so gestartet sind ist halt nicht so prickelnd und ja ihr werdet es mal sehen ich habe als erstes mit scoreblattles ein bisschen angefangen ich werde aber in zukunft keine scoreblattles spiele mehr einblenden sondern halt nur so division oder trading content oder weekendik halt und ja das auf jeden fall nochmal dazu ich würde mich freuen wenn ihr das ganze auch mit begleitet mit euch anschaut und ja auf jeden fall wird es in zukunft öfter solche videos geben und ja dann schauen wir mal wie es danach die nächsten teile weiter läuft auf jeden fall nach diesem highlight video werde ich auf jeden fall weiter machen falls ihr bock habt könnt ihr gerne vorbeischauen im stream links sind alle unten in der video beschreibung freunde und ja wir haben noch sehr sehr viel zu tun ich muss noch viele scoreblattles spiele machen und team muss verbessert werden und alle alle drum dran also das volle programm auf jeden fall ja diese woche wird es vielleicht noch ein team of the week prediction geben je nachdem wenn die zeit wenn das machbar ist fc talk wird auch gekommen keine sorge und ja auf jeden fall das dazu freunde das intro wird auch in zukunft nicht lang gehalten nur so paar infos und ja auf jeden fall bleibt gerne bis zum ende dran es sind ein paar lustige szenen dabei und ja es sind auf jeden fall nicht wie gesagt alle division spiele die jetzt eingeblendet sind ich habe jetzt nur ein spiel ein zwei spiele oder so rein getan und ja schaut euch auf jeden fall an aber ich sagen bis zum nächsten mal beziehungsweise ja schaut euch einfach an ja so es geht was geht freunde habe jetzt erstmal paar sachen eingestellt endlich im neuen jahr schon mal reingeschissen alles klar alter alles klar alles klar alles klar alles klar die Paige diese Dreckspresse fangen wieder an alter du passt hin der passt woanders alter Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar, okay. Batterien leer, genau zum richtigen Zeitpunkt. Mal den Chat hier woanders, das sehe ich hier nicht schon in der Kamera. Mal den Chat. 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 Seit wann gibt es indirekter Freistoß im Strafraum? Was war das denn? Was ist das denn? Ja, schon nie gesehen. Fiep. Aber verstehe ich jetzt nicht. Hat das ihr euch schon viel länger her angekündigt? Grauenhaft, Alter. Grauenhaft. Alles klar, der hält ihn fest und kein Fault. Mhm. Digga, da habe ich nicht gepasst. Ich habe da vorne gepasst, Mann. Der Tor ist doch schon gelaufen, Mann. Hättest du wohl gerne. Mit deinem Ronaldo dick, dick, dick oder was weiß ich noch jeder Teils. Was haben wir denn da? Was ist denn? Wer mit das? Was ist denn das? Hm? Kein Absatz. Ey, jetzt ist wieder ein direkter Freistoß. Ja, verstehe ich nicht. Hä? Warum ist das jetzt Elfmeter und das eben von mir ein direkter Freistoß? Wieso das denn? Verstehe ich nicht. Ja, Freunde, das war das Video. Und ja, ich hoffe, ihr wart bis jetzt dran. Und ja, das Spiel habe ich zwar gewonnen, habe das Team ein bisschen geändert. Ja, und ist halt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und sehr schweres Gameplay. Klar hat man nicht die richtigen Spieler dabei. Und wir müssen halt viel ackern jetzt die nächste Zeit. Viel, viel ackern. Und ja, auf jeden Fall danke nochmal dafür, die da waren. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Euer Khaled ist draußen. Ciao.